Mein Name ist Ulrike Haug und ich engagiere mich ehrenamtlich für Eukokredit. Das ist eine entwicklungspolitische Genossenschaft und wir finanzieren Mikrofinanzinstitutionen, kleinere und mittlere Unternehmen und Kooperativen. Meine Idee für eine nachhaltige Wirtschaft wäre, dass wir die Macht nutzen, die wir als Konsumenten, aber auch als Investoren haben, dass wir uns genau überlegen, was wir kaufen und dass wir uns genau überlegen, wo wir unser Geld anlegen. Und wenn das wirklich alle machen würden, ist es keine grandiose Idee, aber es ist simpel und es ist einfach und wir haben die Macht und wir haben die Möglichkeit, die Wirtschaft nachhaltig zu verändern durch unsere Konsumenten und Investorenmöglichkeiten.